In einer überraschenden Wendung der Ereignisse begaben sich König Friedrich und Königin Maria spontan auf einen Sommerurlaub in Gran und überraschten viele mit ihrem unerwarteten Besuch in dem charmanten Dorf. Gran ist für seine ruhigen Landschaften und friedliche Atmosphäre bekannt und erwies sich als ideales Reiseziel für die dänischen Royals, die trotz ihres vollen Terminkalenders einen Moment der Entspannung suchten. Bevor sie fortfahren, nehmen sie sich bitte einen Moment Zeit, um ihre Unterstützung zu zeigen, indem sie dieses Video liken und unseren Kanal abonnieren. Gran wird oft von Touristen und sogar Einheimischen übersehen, ist aber ein verborgener Schatz im Herzen Dänemarks und bietet eine üppige Umgebung, gemütliche Cottages und ruhige Seen, die die Bühne für einen königlichen Rückzugsort bilden. Die Entscheidung des Paares, seine Sommerferien an diesem ruhigen Ort zu verbringen, spiegelt ihre Wertschätzung für die Natur und die einfachen Freuden des Lebens abseits der Öffentlichkeit wider. Während König Friedrich und Königin Maria Sommerurlaube nichts Neues sind, wich diese spontane Reise von ihren üblichen hochkarätigen Reisezielen ab. Die Entscheidung für eine eher dezente Umgebung anstelle von glamourösen internationalen Resorts ermöglichte es ihnen, ohne den Druck königlicher Pflichten wertvolle Zeit miteinander zu verbringen und zu ihrer Verbundenheit zur Familie und die Schaffung wertvoller Momente abseits des Rampenlichts zu demonstrieren. Während ihres Aufenthalts konnte man das königliche Paar bei gemütlichen Spaziergängen auf malerischen Wegen beobachten, wie es in ohrigen Cafés die lokale Küche genoss und mit den freundlichen Einheimischen interagierte. Ihr entspanntes und fröhliches Auftreten, voller Lachen und spielerischem Austausch, bot einen erfrischenden Kontrast zu ihren offiziellen öffentlichen Auftritten. Königin Mere, bekannt für ihre Liebe zur Natur, genoss insbesondere Grans natürliche Schönheit. Die Teilnahme an Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren durch die Landschaft und Picnics am See unterstrich die gemeinsame Verbundenheit des Paares zur Natur und betonte, wie wichtig es ist, sich von königlichen Verpflichtungen zu lösen und sich wieder miteinander und mit der Familie zu verbinden. Ihr unerwarteter Rückzug sendete eine starke Botschaft der Einfachheit und der Bedeutung einer Auszeit in einer von königlichen Pflichten dominierten Welt.